Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es wieder um Parkside und zwar um dieses digitale Akkumaßband, was auch einen Laser Entfernungsmesser beinhaltet. Es geht heute um das PL-MB4 in der Version B1 und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja, Parkside bringt ja immer neue Messinstrumente auf den Markt. Das ist jetzt sicherlich keine Parkside-Erfindung, sondern ich hatte so ein ähnliches Tape dann auch schon mal von einer anderen Firma. Wenn ich das Video auf Anhieb finde, ist es unten auch verlinkt. Es gab auch schon eine A1-Version, auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Das findet ihr auch unten einmal verlinkt, könnt ihr euch dann im Vergleich nochmal anschauen. Ein bisschen was hat sich in der neuen Version tatsächlich verändert, werde ich gleich darauf eingehen. Von den Kosten her muss man sagen, etwa 25 Euro müsst ihr für dieses Maßband dann einplanen und den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch natürlich abrufen, wenn ihr unten auch der Verlinkung folgt. Ihr habt drei Meter Maßband, ganz herkömmlich, also eine Skala auf einem Metallblech, was man ausziehen kann, bis zu drei Meter. Und wir haben einen Laser Entfernungsmesser gleich noch mit integriert, der über Akku getrieben wird. Der Akku hat eine Kapazität von 300 mAh, arbeitet im 4 Volt Bereich und die Laserreichweite, die daraus resultiert, beträgt dann maximal 50 Meter. Die Lasergenauigkeit ungefähr plus minus 2 Millimeter ist hier angegeben. Ist jetzt nicht das Genaueste, sollte man aber auch denken, wenn man alleine schon vom Preis her guckt, kann das natürlich nicht hundertprozentig sein. Dafür ist es sehr, sehr leicht, ein bisschen mehr als 200 Gramm und wir haben die Abmessung von etwa 8 x 8 Zentimeter und etwa 4 Zentimeter an Breite. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus und gucken uns das etwas genauer an. So, die Verpackung ist jetzt ganz normal, denke ich mal, da ist jetzt nichts dran auszusetzen. Wir haben drei Jahre Garantie auf das Gerät, wie das bei Parkside auch so üblich ist. Da drinnen verbirgt sich dann einmal das Gerät. Ich weiß nicht, ich würde es einfach so auf die Werkbank stellen. Gucken wir erstmal, was hier noch mit drin ist. Wir haben ein USB-C Kabel mit dabei, ein USB-C Ladekabel. Ein Netzteil ist jetzt nicht mit dabei, womit ihr den Akku aufladen könnt. Ich verlinke euch aber unten in der Videobeschreibung auch etwas. Wenn ihr sowas nicht haben solltet, vom Handy oder Tablet oder irgendetwas, könnt ihr sowas natürlich auch nutzen. USB-C ist ja jetzt sehr, sehr weit verbreitet. Und dann könnt ihr das Gerät dann damit auch aufladen. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung, sehr, sehr umfangreich auch mit dabei. Wenn ihr da schon mal reinschnüffeln wollt, einfach jetzt diesen QR-Code scannen oder Lidl-Service.com eingeben. Dann könnt ihr schon mal reingucken, ob das alles für euch auch tauglich ist. Dann haben wir weiterhin das Maßband. Das sieht so aus. Jetzt haben wir ein neues Display mit dabei. Früher war das Display dann, ich mache das einfach mal an, dann seht ihr gleich, was ich meine. Jetzt ist das Display schwarz und hat dann solche weiß-grauen oder bläulichen Ziffern hinterlegt. Muss man überlegen, ob das jetzt besser ist. Früher war es so beim alten Display, das war ein ganz normales AC-Display. Das heißt, wir hatten hier einen grauen Hintergrund und dann schwarze Ziffern. Und es war dann auch so, dass man dann eine Hintergrundbeleuchtung einschalten konnte. Das spart man sich jetzt hier. Wahrscheinlich auf Grundlage dessen, dass es dann A, wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist. und B, im Dunklen zumindest besser ablesbar ist. Aber ich denke mal, gerade in der Sonne, wenn ihr draußen irgendwas messen wollt oder sowas, dann kann man das hier, denke ich mal, komplett vergessen. Dann kann man hier sicherlich nichts bei ablesen. Was meint ihr dazu, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Grundsätzlich aber, wenn ihr innen arbeitet und darauf läuft es dann meistens auch hinaus, dann sollte das natürlich kein Problem sein. Wir haben hier einmal die Laserentfernung, die wir hier einstellen können. Wir können den Modus einstellen. Er hat natürlich einiges an Berechnungsmodi auch mit drin. Wir können natürlich eine Höhe berechnen, wenn wir verschiedene Maße dann nehmen nacheinander. Wir können eine Fläche berechnen, wir können ein Volumen berechnen und, und, und. Das gibt uns das Gerät dann alles vor und rechnet uns das dann aus. Wir können dann auch verschiedene Messbereiche natürlich anstrengen. Wir können einmal von hinten messen. Das heißt, wenn wir das Ganze hier anlegen, wir können einmal von der Front her messen. Das können wir hier einstellen. Also ganz normal, wie so ein Laserentfernungsmesser ansonsten funktioniert. Hier unten ist der Laserauslass. Mal gucken, ob man jetzt schon was sieht. Und, jawohl, da leuchtet es also schon mal drin. Und wir können das dann gleich hier nochmal auf der Werkbank verfolgen. Ein bisschen kann man den Punkt schon sehen. Ich werde gleich das Licht mal dimmen und dann werden wir das Ganze nochmal ausprobieren. Was ich sehr gut finde, ist, dass wir hier an beiden Seiten noch eine Libelle haben. So können wir das Ganze natürlich auch ausrichten. Je nachdem, wie wir das dann einfach nach oben messen wollen oder nach vorne messen wollen, können wir das Ganze dann auch an diesen Libellen dann gerade ausrichten. So können wir theoretisch auch eine Laserlinie an die Wand projizieren. Wenn man das ganz nah dran hält, dann sollte das also auch funktionieren. Theoretisch dann, um irgendetwas auch zu markieren. Ihr seht schon, das ganze Maßband ist hier ringsrum gummiert, sodass es natürlich outdoorfreundlich ist oder generell auch sehr, sehr weich in der Hand liegt. Und wenn das dann mal runterfällt, naja gut, das sollte man nicht allzu oft machen, aber zumindest wird es dann ein bisschen abgefedert. Dann haben wir hier das Maßband. Die Maßbandfunktion, muss man jetzt nicht großartig erläutern, ist ein Blechmaßband, ist im Zentimeter- oder im Millimeterbereich dann unterskaliert. Und hier vorne können wir das sehr, sehr schlecht ablesen, weil das hier doppelt gestanzt ist, aber dafür hält das dann natürlich etwas länger. Dann haben wir hier eine Sperrfunktion mit dabei. Das heißt, wenn wir hier draufdrücken, bleibt das Band ausgefahren. Und so könnt ihr das Ganze auch als Walkie-Talkie dann verwenden. Weiß nicht, als Kinder haben wir das immer gespielt mit solchen Maßbändern und dann hier vorne reingesprochen. Ist natürlich Blödsinn, ist natürlich tatsächlich nur zum Spielen gedacht. Aber so haben wir uns dann früher die Zeit rumgehauen. Und heute wird das ja alles mit dem Handy eigentlich gemacht. Und da hat ja keiner mehr Sinn für sowas. Schreibt mal rein, wer das auch gemacht hat. Hier so Funkgerät gespielt oder was, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr dann hier wieder draufdrückt, fährt das Ganze wieder ein. Hinten drauf haben wir einen Gürtelclip oder für die Hose oder für den Anzug oder sowas. Könnt ihr dann einhaken, wenn ihr dann damit unterwegs sein wollt. Ist natürlich ganz sinnvoll, wenn man irgendwo auf dem Bau unterwegs, auf Baustelle oder irgendetwas mehrere Maße nehmen muss. Dann kann man sich das immer bequem an die Hose bringen oder an den Gürtel bringen. Dann muss man das nicht irgendwo in irgendeiner Tasche tragen. Ja, was haben wir noch mit dran? Hier unten die USB-C Ladebuchse. Die ist hier mit dran und da könnt ihr das Gerät dann innerhalb von wenigen Minuten wieder aufladen. 300 mA ist jetzt ja auch nicht die Welt, um das wieder aufzuladen. Wie lange das hält, kann ich euch gar nicht sagen. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie lange ihr das Display hier beleuchtet habt, wie viele Messungen ihr durchführt etc. Also da kann man sicherlich keine Richtlinie mit geben. Aber ich denke mal, einige Messungen werdet ihr damit auf jeden Fall schon mal ausführen können. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal was rein und dann gucken wir uns das mal an, wie das Gerät tatsächlich misst. So, ich habe jetzt hier mal probiert etwas aufzubauen. Ich habe hier mal eine Wand simuliert. Die ist winklig übrigens hier zur Werkbank ausgerichtet. Dann habe ich einen Sterrit-Winkel genommen und gehe damit dann recht winklig von dieser Wand weg. Und ich nutze jetzt die Anlagefläche dieses Sterrit-Winkels hier für die beiden Entfernungsmesser. Und da können wir dann mal gucken, wie genau das ist, wenn wir jetzt mal hier die Unebenheiten vielleicht von der Oberfläche. Eigentlich ist sie recht glatt, aber man kann ja da sich überall noch was reininterpretieren. Ich habe jetzt hier mal das Gerät von Bosch genommen, habe ich auch ein Video zugemacht. Wer es ein bisschen genauer haben möchte, der sollte vielleicht auf so ein Gerät ausweichen. Ist auch eine Kamera integriert, damit man dann sieht, auf was man dann tatsächlich zielt. Ist natürlich deutlich teurer. Ich glaube schon fast das Zehnfache oder was von dem Gerät kostet das. Und dann werden wir jetzt mal ausprobieren, wie genau das Ganze ist. Ich nehme jetzt erstmal hier das Bosch-Gerät in Betrieb. Und wir zielen jetzt hier hinten, wie ihr seht, auf die Wand. Das sehen wir jetzt über diese Kamera. Dann werde ich jetzt hier einmal eine Messung auslösen. So, und wir haben jetzt hier 35,5 cm. Und jetzt werde ich das Ganze hier mal mit dem Lidl-Messgerät probieren. So, und da bekommen wir 35,6 cm. Also etwa 1 mm liegen wir daneben. Aber ich denke mal, das ist alles noch in dem Begriff, dass man damit auf jeden Fall leben kann. Grundsätzlich würde ich so ein Gerät, wenn ich jetzt ein richtiges Projekt habe mit Möbelbau und so etwas, da würde ich so ein Gerät dann dazu sicherlich nicht nehmen. Da würde ich lieber zu den etwas höherpreisigeren Geräten greifen. Aber wenn man jetzt mal ein paar Wände vermessen muss oder irgendwie irgendwas, damit man da streichen kann oder Tapeten ranbringen kann oder sowas, einfach um einen Aufmaß zu machen, da kommt es ja nicht unbedingt auf ein Millimeterchen dann an. Und da kann man sicherlich sowas nehmen. Ein Problem, auf das ich gestoßen bin, ist dieser Gürtelclip. Wenn ich das Gerät so flach hinlege, der stört dann. Dann wackelt das Gerät, dann bekomme ich gar keine gerade Ebene. Deswegen habe ich das jetzt einmal abgebaut. Und zum anderen ist es so, auch diese Ebene hier hinten, das ist nicht hundertprozentig. Und das kann natürlich schon dazu beitragen, dass wir da dann verschiedene Misserfolge mit haben. Schaut euch das mal an. Man hat eigentlich keine hundertprozentig gerade Anlagefläche. Diese Naht, die steht hier auch so ein bisschen raus. Wenn man jetzt hier unten anlegt, dann bekommt man natürlich ein anderes Ergebnis, als wenn man dann hier oben anlegt. Und auch so ist das Gerät eigentlich zum Messen sehr, sehr unförmig. Wenn ich das jetzt so hinstelle, könnt ihr euch vorstellen, dass diese Kurve dann hier natürlich auch stört. Wenn wir jetzt nur eine kurze Anlage oder eine kleine Anlagefläche haben wie hier, dann wird das natürlich nicht so werden wie hier. Und ich bekomme dann einfach kein Ergebnis, dass ich direkt an der Wand dran bin. Das heißt, ich brauche dafür auf jeden Fall etwas, was ein bisschen höher ist oder ein bisschen länger ist, damit ich hier überhaupt eine Anlagefläche generieren kann. Und dann funktioniert das. Wenn ich jetzt von vorne messe, habe ich das gleiche Problem. Hier vorne ist der Sensor oder die Sensoröffnung ist dann in diese Kurve mit eingebaut. Und auch hier habe ich dann kaum eine richtige Anlagemöglichkeit, dann von vorne zu messen. Und ansonsten jetzt diese ganzen Funktionen, die hier noch mit drin sind, die brauche ich euch jetzt nicht im Einzelnen erklären. Ihr nehmt jetzt halt verschiedene Maße und dann errechnet ihr euch entweder, wenn ihr zwei Maße nehmt, eine Fläche und dann errechnet ihr euch ein Volumen. Wenn ihr drei Maße nehmt und dadurch könnt ihr dann hier das alles umschalten. Ihr seht dann Quadratmeter, Kubikmeter etc. werden dann hier angezeigt. Und was das Gerät sonst noch kann, einfach mal in die Bedienungsanleitung reingucken oder auf die Produktseite, der kann eben noch so ein bisschen mehr. Höhe kann er eben auch nochmal messen mit der Pythagoras-Funktion. Einfach den untersten Punkt anpeilen, den obersten Punkt anpeilen und dann die Entfernung messen. Und dann wisst ihr, wie hoch euer Türmchen ist oder euer Bäumchen, was ihr gerade umlegen wollt. Das kann man also alles mit solchen Geräten machen. Grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, ist es ein toller Helfer, wenn man sowas hat. Viele von euch messen ja eben, wie gesagt, dann auch noch mit einem Maßband. Und wenn man sowieso ein Maßband braucht, dann kann man auch zu so einem Maßband übergehen und dann eben nochmal probieren, wenn man dann eben mal eine Fläche messen möchte oder eben ein Volumen oder irgendetwas ausmessen. Da ist sowas auf jeden Fall eine Hilfe. Wenn ihr Möbel damit bauen wollt, dann eher nicht. So, nun habt ihr das Gerät im Einsatz gesehen. Das ist das, was man damit eben machen kann. Man sollte immer auch beachten, das ist jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen zu nah, aber dafür, dass wir nur ein Millimeter daneben gelegen haben, kann auch sein, dass das hier ein bisschen verruckelt ist oder irgendwie die Oberfläche nicht genau ist oder sogar das Bosch vielleicht nicht genau ist. Kann man eben auch drüber streiten. Aber ich denke mal, im Grunde sind sich die Geräte auf jeden Fall einig. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen nur so, verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal.